Ey Leute, was geht? Ich bin's wieder auf dem Black Squad und jetzt eine kleine Info vor dem Video Und zwar bringe ich jetzt zur Zeit mehrere Videos über das Geld verdienen im Internet Und zwar wollte ich nur mal ganz kurz mitteilen, und zwar jede Seite die ich bis jetzt brachte Funktioniert einwandfrei, funktionieren immer noch Und es sind keine Scams, gar nichts, also da verliert ihr kein Geld, alles kostenlos Und dann würde ich sagen, zieht euch das Video rein und viel Spaß dabei Hey Leute, was geht? Ich bin's wieder auf dem Black Squad Heute kommen wir zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal Wie hier mal wieder, wie immer zur Zeit von mir, außer Telefonfahrer natürlich, wie ihr im Internet Geld verdienen könnt Und zwar heute habe ich eine geile Seite für euch am Start Natürlich müsst ihr immer den Adblock ausmachen, nicht vergessen, weil sonst können die Seiten ja auch nichts auszahlen Und zwar hier habe ich die schöne Seite CodeClicker.com am Start Darum, also hierum geht es einfach nur Ihr müsst diesen Link hier überall auf jeder Webseite teilen, die ihr habt Ihr müsst schaffen, dass sich so viele Leute wie möglich hier anmelden Ihr bekommt dann Punkte, wenn sich Leute anmelden Ihr habt hier auch noch ein paar Aufgaben erledigen Hier könnt ihr einfach die Facebookseite liken Und dann haben wir hier noch zum Beispiel den Beweis, dass es auch wirklich funktioniert Genau, hier sind die Beweise, dass es auch wirklich funktioniert Könnt ihr euch selbst davon überzeugen Tut mir leid für den Versprecher, Verbrecher Ja, easy Dann habt ihr hier noch den Shop Gut, könnt ihr auch WhatsApp teilen, egal was Ich habe hier noch den Shop, ihr könnt euch ja auch PaySafe Karten, Paypal Konto Und so weiter und so fort Können euch hier auszahlen lassen Ich würde euch empfehlen, anstatt die 10er PSC Würde ich die 25er PSC Und wenn ihr hier seht 1500 Points Und hier 2500 Da habt ihr gleich mal 500 Euro Wenig, äh, 500 Euro Sag ich schon 500 Points Vertan Weil hier sind es genau 25 Hier müsst ihr 15 Euro für eine 10er PSC Also umgerechnet zahlen Ist eigentlich ein bisschen dumm sozusagen Ja, und dann schaut ihr einfach mal auf der Seite vorbei Wenn es euch gefällt Meldet euch da an Aber bitte, wenn es geht über meinen Link Das wäre echt nett Ja, genau der Beweis Hier habe ich auch mein Profil Was kann ich euch noch zeigen Ich glaube, soweit war es Immer den App-Block ausmachen Sonst kommt ihr nicht auf die Seite Diesen Link hier einfach immer teilen Und so viele Leute, die ich haben Jetzt generieren die Klicks hier Da habe ich mich vorher auch ein bisschen gewundert Also die Punkte Ähm, ja Dann würde ich sagen War es das für das Video Haut rein Und ciao